Eierficker. Ich bin krank. Das sieht man ja. Das hier ist ein Weihnachtsgeschenk. Möchten jetzt viele nicht glauben, aber ja, es ist ein Weihnachtsgeschenk. Ich weiß bloß nicht, was ich damit machen soll. Soll ich es euch geben? Soll ich es verschenken? Soll ich es verlosen? Soll ich es um Likes, Aufmerksamkeit? Ich verlose den Scheiß. Und ihr müsst dafür folgendes tun. Ihr müsst abonnieren, liken, ihr müsst meine Glocke zum Klingeln bringen. Ihr müsst kommentieren, am besten fünfmal. Und wenn das Video dann wirklich 100.000 Trilliarden, 10 und 50, 3 Likes erhält, könntet ihr das hier haben. Das ist aber nicht der Fall sein wird. Ist das Video eigentlich sinnlos so anzufangen? Okay, vergessen wir das. Das ist ein Weihnachtsgeschenk. Habe ich gekauft für mich. Ich mache das jetzt auf, bevor das jetzt wieder De-Abo's hagelt. Wie in meinem letzten Video. Wegen Klicken, verdammt nähe. Also schön aufhören jetzt zu liken, zu kommentieren, das Video zu teilen. Scheine am besten gleich ganz weg. Ich packe das jetzt aus. Das ist nicht für euch. Das ist nur für mich. Jetzt los. Aber ich habe es nicht richtig rum. Weihnachten kann so schön sein. Jetzt habe ich den hier mit einem Flame-Tubor. Alter, fuck, alter. Der fickt alles weg. Fickt alles weg, Junge. Aber Baby 8 ist auch noch dabei. Der macht das Ganze weg. Fickt wieder ein bisschen kinderfreundlicher. Und den packe ich jetzt aus und dann geht's ab. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.